Das könnte der Walvo sein, dann habe ich noch den Kenny, der ist aber nicht online, also kann ich nur beim Walvo rein. Du sauf. Ich probiere es mal, ob es geht. YouTube Bumsmaier. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich da für einen Autoskin, ich hatte damals noch so Autoskins drin. Ich glaube, Trackmania, das letzte Mal, wann wir gespielt haben, war damals mit dem Anomal, das ist ja schon vier Jahre her. Oh, gegen den HSV geht es dann. HSV ist wie meine Frau. Ja, genau, die habe ich auch die Folge noch auf meinem Kanal. HSV ist schlechter als meine Frau. Das letzte Mal, wo wir gespielt haben, weiß ich auf jeden Fall, dass Jake mit bei war und Walvo und du Beißler. Und dann weiß ich, dass du die ganze Zeit nichts gesagt hast, Beißler und Jake dann auch mal sagt er. Aber er sagt ja nichts mehr, der Sack. Ich weiß, dass wir dann Champ beleidigt haben und der dann mir geschrieben hatte, ob es mir Spaß machen würde, mich hinter seinem Rücken über ihn lustig zu machen. Oh, klar. Dass ich das zurückkriegen würde, ich Arschloch. Hast du euch geantwortet? Nein. Übrigens, Champ, falls du das sehen solltest, grüße du Arschloch. Du nimmst doch gar nicht. Nimmst du auf, oder was? Ja. Grüße. Du nimmst auf? Ja. Das sollte ich mir vielleicht auch gleich überlegen. Also, Doktor, das ist der Jake. Deine Busenfreunde grüßen. Ja, find's raus, wer wer ist. Also, ich bin leicht rauszufinden. Ja, ist lecker, Bundesbeißler. Nee, nee, nee. Ruf mich an, Bundesbeißler, oder? Ruf mich an, Bundesbeißler. Ja, ich hab Punkte geholt, wie geht denn das? Da wirst du beknackt, Doktor Busen. Ich soll es beraten. Klopp, Video Klopp. YouTube-Bummsmann. Bummsmann. Aber stimmt, ja, wir hatten da, das ist aber auch schon ewig, ja, mein Ziel, genau, da hab ich mich mal Bergmann und Schweizer genannt und Hartmann und so. Nein, das waren noch Zeiten. Ich glaub, da hab ich mal angefangen, oder? Wo du dann gesagt hast, naja, wir sind da grün, aha, wir sind grün im Chat. Und er hat's gar nicht gerafft, dass ich das bin. Oh, im Chat, wie funktioniert der eigentlich? Oh, nein. Oh, nein. Ich weiß, dass man gerade eh nicht mehr, wie er funktioniert. Aber vielleicht find ich's ja noch heraus. Ja, probier mal alle Tastenkombinationen. Sie haben ihren Computer zu stehen. Ich weiß gar nicht mehr, ich dachte, okay. Der Bummspeisler war das. Du schreibst ficken und immer schreibst zurück, ey. Hast du Bock? Ja, geil, ich auch. Ich lass mal meine Hupe ja klingeln. Oh, mein Gott. Apropos, wie ging das mit der Hupe? Die wichtigste Sache. Ach, diese Folgentiteln. Wunderschön. Das wird auch ein schöner Folgentitel. Chatten und Hupen. Ah, ich hab den Chat wieder gefunden. Oh, nein. Okay, das war... Aber wie war das mit der Hupe? Ich hatte noch so eine komische Hupe drin. Aber ich weiß nicht. Da musst du mal, wo du die platziert hast. Ich hab sie zum Beispiel unter H wie Hupe. Ah, die hab ich auch wieder gefunden. Sehr schön. Aber der Beister lernt schnell. Ich mach den Ton wieder an. Komm wieder heilen. Wo ist der Chat nochmal? Leertaste. Hey. Ich bin unbelebt. Ja, chat. Stimmt, man konnte doch, glaube ich, die Hupen auch selber erstellen, gell? Ja. Soundfiles dafür. Ich hab nämlich jetzt... Wie ist es? Nee, meine ist noch Euphoria. Außer so ein altes ESC-Ding drin. Ich hab echt mal, wie lange ich das Ding gar nicht mehr anfangen habe. Ich dachte, du hattest noch die Conchita. Nee, die wollte ich, glaube ich, immer noch machen. Und dann kam es aber nicht mehr dazu. Aber das Ziel... Du wolltest es mit dir machen. Mit Essen. Solange es noch die Conchita gibt. Das Conchita. Wer hupt da? Ich mag ja wieder als Mann auftreten. Ich krieg keinen Hoch in Frauenkleidung. Das ist echt scheiße. Ich durfte nicht von James Bond den Titelsong singen. Und durchnageln durfte ich ihn auch nicht. Den süßen Daniel Crack. Die alte Crack-Nutte. Rise like a Crack, bitch. Golden Ei! Nee, 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 nee. Ich hab keine Eier. Nee, nee, nee. Nicht als Mann. Aber sonst. Ja, man soll ich einen Augenbraum toys haben immer verraten. Ich bin wirklich genau clipst kaputt. W CPABちゃん? switching took them out of the meinstuiceuceu citizens forest SRby. Der Schwieleados zusammen. Dann hol ich dich doch dich doch ein bisschen. Ich muss... Auch Engages, das wird national als Gemälieев. Und dann beweist dich auch die Abkommen. Und dann bin ich zum letzten Beispiel in der Himmelskreis-Gaubteil. Ich wollte den erst noch ändern, aber da war doch das mit der Farbe immer so bescheuert, stimmt? Da hatte ich mal eine Webseite, glaube ich, wo man die Farbquotes wusste, aber die weiß ich doch jetzt nicht mehr. Tja, kippt da runter der Paisler. Ich klatsch ins Wasser. Jetzt leider sind ja keine Update-Mix, okay? Jetzt, wo ich die Aufnahme gestartet habe, weiß ich nicht, ob das von der Verbindung her so günstig ist. Ich kippte die Fresse auch zu sehen. Choker aufnimmt, das kann ich mir nicht entgehen, lasse das auch. Was ist denn los mit euch dahinter, Mensch? Ficken, Bumsen, Glance. Der Beißler kriegt elf Punkte, ist auch unfassbar. Ja, ist doch schön. Elf Punkte mehr als der HSV. Punkte elf. Nein, zwölf. Punkte zwölf. Oder soll ich das vielleicht heimlich livestreamen? Das Videotitel Champ, wenn du das siehst, leck uns. Du Arschloch. Da müsste ich ja so in 5 Stunden Ding wieder schneiden. Na, ich kann's ja mal aufnehmen und dann schauen wir mal, was damit passiert. Hallo. Dritter Kanal, YouTube. Ey, Bums Maria. Dracmania. Bums Maria. Dann ist es Dracmania. Dracmania. Ich sag... Ö, 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 ö. Ö, 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 ö. Hey, you guys. Wenn ich her besoffen hatte, die Strecke gebaut. Ja. Ö, 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 ö. Ich könnte jetzt live streamen, dann war das auf Twitch, weil ich jetzt die Twitch-Einstellung Boah, ist das ne Bums hier. Wollte ich schon wieder deinen Namen sagen, Junge? Stell dir, stell dir ein gewisser... Clown. Euphoria... Das war auch so geil, wie wir deine Strecke gefahren sind. Und beißt er im Hintergrund über mit seinen Hupen. Valvos Wichsfuß. Ja. Mein Laugh-Track. Was geiles... Was, Yogi Laugh? Ja, dann wichs doch, Yogi Löw. Geil findest. Yogi Laugh. Der Laugh-Track. Wie Laugh-Track. Wie Laugh-Track. Ah, Laugh-Track. Johann Laugh-Track. Der Laugh-Track. Der Laugh-Track. Der Laugh-Track. Der Laugh-Track. Der Laugh-Track. Das Schlimme ist, der klingt wirklich so, wenn er meint, er muss lachen. mein lieber johann jetzt kommen wir mal ein schönes leckeres süppchen mein lieber horst mein lieber horst bist du auch da hier jetzt da süppchen aber wie so ein pädophiler mein lieber horst wisst ihr auch der pädophile johann harfer voll im piekel die lache pädosch wie so ein pädosch jake fasst du mit ne ich bin in der freezone ach ihr habt nur das nations forever die jacke ja ich hab eigentlich auch das spiel nicht irgendwie gekauft oder was eigentlich müsste ich auch freezone haben hab ich aber nicht also ich hab mir das damals mal in dem sale geholt vor vier fünf jahre im steam sale ich glaub valvo du hattest das auch ja im steam sale hab ich mir das mit canyon valley und stadium was es da damals noch gab oder dadurch dass ich stadium habe ist das denn auch gleichzeitig aufgewertet worden kann das sein das könnte sein ja ok jaja das ist ja stadium oder ne ne blödsinn ne ne stadium ist nochmal das ist united gibt es da nicht noch ein trackmania 2 turbo mittlerweile hab ich gesehen ja ja turbo sind bei street fighter super street fighter turbo 2 nicht turbo ist turbo turbo naja super street fighter turbo 2 nicht togo kaffee togo nicht nur bis wir auf die nüsse nüsse hab ich auch noch da leckere erdnüsse steht drauf der packung wo wir auch noch eine halbe packung rumliegen ja noch fressen mit ufo Oh 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 oh... Die platternden Sprung kann nicht mal jemand wechseln. Hallo.... Nyeaah! Hahaha... Da kamen die Bums Maja vorbeigeflogen. Da klatscht sich jemand ein. Oh Bums Maja, stark! Hahaha... Ja, das M-Rang, Dr. Busen. Geil. Der Wichs-Willi ist der Jake und Dr. Busen ist der Joker. Keiner von euch beiden muss es so sein. Weil vorhin hat einen Wichs-Willi im Chat geschrieben, auf meine blöden Fragen. Das muss bestimmt der Jake gewesen sein. Der hat es auch die ganze Zeit schon gesagt mit Wichs-Willi. Der Jake. Der Wichs-Willi. Und Dr. Busen hat den Joker genommen, weil der hat das YouTube noch drinstehe von damals. Sherlock weiß noch. Oh, zu weit. Danke, Chef. Geil, Chef. Mr. Chef. Bei Nanny, oder wie die hieß. Die Super-Nanny. Nee, das war irgendwie, das war eine andere Kuh. Die hieß, glaube ich, Pfosten, Pfosten. Pfosten, 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 Pfosten. Wichs-Willi hat mich überholt. Äh, 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 Corner-Kick, Kick, 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 Kick. Das ist von mir. Trademark bei Joker. Corner-Fick. Da mache ich Corner-Fick. Das habe ich auch gesagt, Corner-Fick. Da mache ich Corner-Fick. Nein. Da mache ich Corner-Wichs. Ja, okay. Christian Corner. Christian Spanner. Er zieht über die besten Spieler. Wer zieht die besten Spieler? Der Christian Spanner. Und, äh, wie hieß der gerade nochmal? Der Horner. Christian Corner. Christian Corner. Der macht nur Eckbälle, der Christian Corner. Der kommt in euer Team. Der wäre pur evolution. Christian Corner. Eckbälle ausgefüllt von Christian Corner. Genauso wie Sarah Corner, Sarah Eckball. Die heißt Corner. Ja, Sarah Corner, Sarah Eckball. So, die meinst du. Denkst du. Denkst du. Was will er? Deutscher Pobie. Von Sarah. Haben es Seck, aber nur von hinten. Wie im Glanz. Aber die singt ja mittlerweile auch nur noch Deutsch. Kann die überhaupt singen? Ich weiß nicht, so ein Lied von ihr. Auf Deutsch. Die singt noch richtig schön Deutsch. Muss man ein Duett mit diesem Bundesbeißel da singen. Michael Zereshti. Oh, Michi, Wolflar. Ich knall dich jetzt ordentlich durch. Ich sag nur noch O-Stream-Altraum, O-Stream-Altraum. Die Videos, wo mir Walvo mal per WhatsApp geschickt hat. Der Kenny erst mal, er wippt so mit dem Kopf. Bang. Haut sich mal voll den Popschutz an. Und du musst das natürlich noch mal extra groß machen. Und noch mal schön wiederholen. Bam. In Slow Motion. Und das zweite Video, da nimmt er einfach mal Tannenbaum. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum. Wie grüße deine Blöcke. Bam. Wie abgeht so. Hast du es dem Kenny eigentlich auch gezeigt? Ja, ja. Ich weiß schon seine Antwort, Spacko. Aber ich fand es sogar witzig. O-Stream-Altraum, O-Stream-Altraum. Freude, Kopfschuss in die Fresse. Also da musste ich auch lachen, wenn ich das gesehen habe. Das erinnert mich an Grand Prix 4, dass ich da auch mal ins Gesicht geschlagen in irgendeinem Rennen. Wo er gesagt hat, ich blute jetzt im Gesicht. Das war auch gut. Ich glaube Monaco. Da war jetzt aber in die Fresse auch. Ich glaube, das war Monaco oder so, gell? Wo eh so scheiße lief für euch alle das Rennen. Das war so gut. Aber das war auch gut. Stream-Altraum, O-Stream-Altraum. Das hat mich wieder gefallen. Das war nice. Das war Nidze. Nidze war. Na, Bumsmeier auf der 9. Hallo. Michi auf der 9. Nice. Was ist denn da los, Dr. Busen, ne? Ihr seid da große Töne gespuckt und jetzt... Ist eigentlich der Michi noch mit bei? Ich komme gleich wieder. Ich muss nur das Aufnahmeprogramm noch einstellen auf Trackmania. Jaja, du suchst da nur einen neuen Namen. Reislike Transe-Tien. Elefantenknödel. Reislike Transe. Ne, Reis will ich jetzt keiner fresse, aber egal. Reislike Transe. Ich habe Hunger. Reis. Ich habe Hunger auch. Reislike Transe-Tien. Oh, 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 oh. Oh. Was war denn das für ein Five-Konzert? Noch lachen Sie. Das Fußball-Bild. Fußball-Bild. Jede Woche neu. Noch lachen Sie. Oh Gott. Ich kenne das nie mal, das Fußball-Bild-Werbung. Sante Angelo. Hätte gesagt, das ist eine eigene Erfindung von dir. Ihr kennt doch gar nichts. Danke. Außer Tientran. Kann er sie? Trackmania. Findest du den Kategorien-Namen so bescheuert? Ich hätte aber nicht gewusst, was das eigentlich bedeutet kann. Eher sie, Weltmeister. Das macht für mich keinen Sinn. Aber dann meinte der Joker, dass du das irgendwie vorhast mit mehreren Leuten. Okay, ja, so deshalb. Naja, und ich möchte ja Gleichberechtigung. Vielleicht fahre ich mal mit einer Frau. Also von daher, dass ich das ja auch mal so vorbereite. Ist das nicht Österreich gewesen, wo die Nationalhymne auch so phänimistisch umgeschrieben hat, oder? Ja. Im Land der Töchtersöhne, oder? Also in Österreich ist doch der Folgentitel dann doch politisch korrekt, oder? Wenn ich ihn geschrieben habe. Kann er sie Weltmeister slash Weltmeisterin? Bitteschön. Aber trotzdem, das Sampen ist doch gut, oder? Der Tient ist doch wieder perfekt auf den Overall gepasst, oder? Der wird dich so schlagen, wenn er nicht wieder fliegt. Glaube ich nicht. Er weiß ja nicht, was schlagen ist. Glaube ich nicht. Der blickt es doch gar nicht. Aber egal. Er schlägt dich selbst. Er schlägt sich selbst. Das stimmt. Ja, ja. Er schlägt sich gern mal selbst. Der Tien beim Kegelfußball. Achtung, Tien, Kegel. Oh, Ungefalle. Schade. Schon bin ich wieder Weltmeisterin. Ich werde wieder Weltmeister sein. Wer weiß, wie du aber auch ihm die Regeln erklärst. Vielleicht hast du ihm einfach erklärt. So, Tien, du musst dir jetzt einfach den Kegel umschmeißen, dann hast du gewonnen. Na, hast verloren. Und Tien checkt es nicht. Bin ich jetzt Weltmeister, oder? Ich habe dem Tien gesagt, das ist alles nur in deinem Kopf. Und wir werden wieder, Master, so, ich starte das Motiv. Singend erklärt so, Warte mal hier. Einfach mal Fräse halten, dass ich aufnehmen kann. Einige Fräse. Ja, schon besser. Jetzt können wir weitermachen. Also, ich habe dem Tien die Regeln ganz normal erklärt. Glaube ich nicht. Das ist alles nur in deinem Kopf. Und wir werden wieder Weltmeister sein. Ja, Mann, das... Hat die jetzt Reaktion. Jake hat wieder Hunger. Jake hat wieder Platz. Boah, wenn ich mich auf der Fall kommt, ich habe mir eine Idee gebracht. Wäre ja geil, wenn die Folge so anfangen, vom weißen Pfff. Wir werden Weltmeister sein. Wir holen den U-U-E-F-A-Cup. Hol den U-U-U-E-F-A-Cup. Und wir werden Germanmeister. Alter, wieso stinkt es denn jetzt in meiner Bude, wenn ich es gerade losgegangen habe? Ja, Zaubertricks. Das ist hinter mir. Du kannst doch mal sehen, wenn das auslösen. Verwesung pur. Ganz Europa hingerafft. Durch Eigen. Vor allem kurz. U-U-U-U-E-F-A-Cup. Nee, beim Beißler ist immer so... Der ist nicht ver... ...gast. Der ist einfach so... Normalzustand. U-U-U-U-U-E-F-A-Cup. Wenn Sie werden Germanmeister. Ey! So, ich habe hier noch so viele Autos drin. Damals von... ...die von dem Carpec. Gibt es eigentlich diese Carpec-Seiten noch? Hä? Denken wir. Na los mit euch. Ah ja, mit dem... Mit diesem Xbox... Mit dem Xbox 360 Toyota komm hier. Ja, ich komme mir jetzt... Ich habe nochmal was vorgereiht. Xbox 360 Toyota, ich das richtig. Ihre Änderungen speichern. Ja! Ja! Ja!